Ein ganz zentrales Problem sehe ich für Österreich schon, dass eine sehr große Gruppe von Menschen nicht wählen darf. Österreich hat einen großen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund und aufgrund der rechtlichen Lage sind diese Personen von den Wahlmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ausgeschlossen. Obwohl sie hier lebt, obwohl sie hier integriert ist, obwohl sie arbeitet, Steuern bezahlt etc. Untertitelung des ZDF für funk, 2017